voll zweigelt heideboden 2017 breisinger georg aus goles ja also die kette für schön vor verkrackselt verkriegselt waren behinderten künstler wieder mit dem verein für fesch gemacht so verkriegselt wird das etikett ist so klar und so fruchtig ist eigentlich der wein also von der großlage heideboden in groß kennt man hat das ja wirklich beere aromen sehr gefällig ein massenwein der wirklich jeden sicher gefällt aber stil hat dort wirklich einiges an stil und das passt einfach wunderbar wirklich zu jeder speise des alltags also wenn du pizza magst wenn du spagetti polonese burger all diese sachen passt es immer gut und man tut gutes und vor allem es schmeckt gut sehr zum wohl sind jetzt